So, hallo und herzlich willkommen bei Zum Glück Bespart. Mein Name ist Wilma Christian und heute stellen wir uns die Frage, lohnt sich eigentlich YouTube oder vielmehr lohnt sich eigentlich YouTube für mich? Wie ihr vielleicht wisst, ich mache mittlerweile seit ungefähr einem Jahr YouTube und da wollte ich euch einfach mal informieren, wie das da überhaupt aussieht, weil da gibt es sehr viele Mythen und ja Legenden kann man fast schon sagen und der eine oder andere denkt, jeder YouTuber, der keine Ahnung, ein paar Abonnenten hat, ist sofort reich oder man verdient da gar nichts mit oder was auch immer. Ich möchte heute mal aufklären, wie das halt bei mir ausschaut und ich kann euch von vornherein schon mal sagen, so ganz platt gesagt, wenn ich mir die Frage stelle, lohnt sich das? Kann ich euch ganz klar sagen, jein. Denn es kommt natürlich immer darauf an, was habe ich mir überhaupt vorgenommen oder was ist meine Ambition, was erwarte ich davon, dass ich jetzt ein paar Videos hochlade, aus welchen Gründen tue ich das, und ja, mit was bin ich zufrieden, was erhoffe ich mir und alles Mögliche. Da sind ja wahrscheinlich die Meinungen komplett unterschiedlich und auch das, was man so erreichen möchte oder das, was es einem bringen soll, geht da sicherlich total weit auseinander. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt erstmal versucht, das so ein bisschen auseinander zu dröseln, also wundert euch nicht, das Video wird wahrscheinlich sogar ein bisschen länger gehen, weil ich habe so viele kleine Unterthemen und es könnte sein, dass ich mich durchaus ein wenig verquatsche. Wir werden also über Zahlen, Daten, Fakten sprechen, aber wir werden auch darüber sprechen, warum ich eigentlich YouTube mache und ja, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und alles Mögliche, was noch damit zusammenhängt. So und zu Beginn ist wahrscheinlich erstmal zu klären, warum mache ich eigentlich YouTube und ja, die Entstehungsgeschichte und die Gründe auch dafür. Und da habe ich ja relativ lange auch darüber nachgedacht und ich muss euch sagen, da gibt es für mich im Grunde auch keinen richtigen Grund für beziehungsweise keinen ausschlaggebenden Grund, es sind viele kleine Gründe und es hat sich irgendwie so entwickelt und ergeben. Der eine oder andere weiß es vielleicht, also ich bin im Grunde genommen auch zur Elektromobilität gekommen über meinen Freund und Arbeitskollegen Daniel, der auch hin und wieder auch schon als Kameramann fungiert hat und der hat mich zum Beispiel vor einiger Zeit, jetzt mittlerweile müsste es, wie lang ist das her, zweieinhalb, drei Jahre mit seinem Elektro Corsa mitgenommen und beziehungsweise ich konnte eine Probefahrt damit machen, wir sind von der Arbeit aus zum McDonalds gefahren, so war es. Ja und da muss ich direkt sagen, das hat mich einfach auch selbst mit dem E-Corsa, der jetzt nicht so viel Leistung hat, sofort fasziniert und ja, es war im Grunde genommen um mich geschehen und ich war sowieso zu dieser Zeit auf der Suche nach einem neuen Auto, weil mein Leasing von meinem A6 bald ausgelaufen wäre und da war ich halt auf der Suche und dann war es halt so, dass, ja, ich sag mal Elektromobilität mich schon fasziniert hat, also ich fand es schon immer irgendwie cool, so leise durch die Gegend zu cruisen und hab auch da immer schon irgendwo gesehen, du kannst mit Sicherheit auch, wenn du dein Auto irgendwie die Möglichkeit hast, über die, ja, über die Sonne zu tanken, dann wird das auch für dich eine günstigere Nummer. Ja und nach dem Besuch bei McDonalds war ich also irgendwie von Elektroautos angefixt und hab dann das ein oder andere Auto auch Probe gefahren und hab mir mehrere Autos auch angeguckt und geschaut, ob die so zu mir passen und bin dann eben auch bei Tesla gelandet. Und bei Tesla war es dann wirklich so, dass einfach alles so, wie ich mir das vorgestellt habe, passte. Also für mich musste es einfach extrem einfach sein. Das war es bei Tesla. Unkompliziert musste es sein. Das war es auch. Ich wollte mir nicht großartig Gedanken machen, wie das mit dem Laden funktioniert und so weiter und so fort. Und die Software war mir halt auch ganz wichtig. Und ich bin in dieses Auto eingestiegen, hab erst gedacht, oh, guck mal, hier ist ja irgendwie gar nichts drin. Was ist denn das für eine Kiste? Aber man hat sich einfach so schnell daran gewöhnt und es war sofort so heimisch, dass ich mir gedacht habe, okay, das Auto musst du haben. Und dann bin ich eben damit gefahren und hab dann auch die Leistung gespürt und alles Mögliche, dieses ganze Feeling, was dieses Auto so mitbringt und hab's auch wirklich direkt dann im Service Center bestellt. Ja, und das war dann eigentlich schon die Story dahinter, wie ich mir das Model 3 Standard Range bestellt habe. Standard Range einfach aus diesem Grund, weil ich schon immer so ein Sparfuchs bin und mir denke, okay, warum muss es denn mehr sein, wenn auch weniger geht? Nein, Spaß beiseite. Also die Leistungsdaten, die das Auto so abruft und alles, was mit dem Standard Range zu tun hat, das hat mir völlig gereicht. Es war auf dem Niveau von meinem A6 damals und deswegen wäre quasi ein Long Range zwar irgendwie trotzdem schon cool gewesen mit 4,4 Sekunden, glaube ich, von 0 auf 100 und ja, aber grundsätzlich mit dem LFP-Akku, dass ich auch auf 100% laden kann und so und dann der günstigere Preis, passte einfach dieses Modell deutlich besser zu mir und das habe ich dann eben bestellt. So, damit aber dann nicht genug. Also, ich sag mal, ein halbes Jahr später ungefähr kam dann schon das Model Y Long Range dazu das ich dann komplett für mich auch nutze. Ich habe halt festgestellt, dass das Model 3 total super ist, aber mir das Model Y einfach besser gefällt. Einfach aus dem Grund, weil man höher sitzt, einen besseren Einstieg hat, man hat eine bessere Übersicht, es geht mehr rein ins Auto und mir gefiel das einfach und ja, die Leistung war natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Also, mit den 5 Sekunden von 0 auf 100 mit so einem SUV, das fand ich natürlich auch cool und die Reichweite im Long Range ist natürlich auch nochmal ein kleines Stückchen länger, als wenn ich jetzt den Standard Range genommen hätte. So, ja und irgendwie und ich weiß nicht, wie das dann wirklich genau war, ob es jetzt eine Art Midlife-Crisis war, weil ich, keine Ahnung, gerade 41 geworden bin oder 41 wurde zu diesem Zeitpunkt. Und ich weiß es einfach nicht, auf jeden Fall hatte ich irgendwie Bock, YouTube zu machen. Also, ich bin halt ein sehr großer, guter YouTube-Konsument und habe mir irgendwie gedacht, boah, jetzt hast du dir eine Sache, wo du richtig Bock drauf hast und da kannst du drüber erzählen, weil du hast ja zwei Autos dazu. Und ja, so war es eigentlich und habe mir dann einfach gedacht, komm, erzähl es mal so ein bisschen aus deinem Leben und bring es vielleicht mal das so rüber, wie du das alles so erlebst und wie du das findest, nicht aus Sicht eines Verkäufers oder so, einfach aus Sicht eines eigenen Konsumenten quasi von Elektroautos und aber auch von YouTube und erzähl es mal, wie so dein Leben ist mit der Familie. So, und warum heißt der Kanal eigentlich zum Glück gespart? Ja, weil ich eben nicht so ein Typ bin, der wirklich seine geletzten Moneten für jeden Scheiß irgendwie raushaut und feiern und Größtes und Bestes und hast du nicht gesehen. Also, ich lebe einfach im Grunde genommen ein ganz normales Leben und bin eher so der Typ der Bescheidenheit, auch wenn es vielleicht mit einem Tesla nicht so aussieht. Aber ich finde schon, dass zum Beispiel einfach ein Tesla eine super Preisleistung hat und du viel für dein Geld geboten kriegst. Und natürlich kann sich nicht jeder einen Tesla leisten, aber wenn du die Möglichkeit hast, finde ich immer noch, ein Tesla ist da immer noch die beste Preisleistung und wenn man es richtig anstellt, beispielsweise über Solartanken, über die Photovoltaikanlage und einfach die Synergien nutzt, die man nutzen kann, dann macht ein Elektroauto auch einfach Sinn und ist gut für die Umwelt. Das kommt noch dazu. Ich möchte einfach auch für meine Kinder ein gutes Vorbild sein. Ich möchte im Grunde genommen meiner Familie eine ordentliche Welt hinterlassen. Wenn ich später mal nicht mehr bin, dann sollen meine Kinder wenigstens irgendwo noch auf dem Planeten leben können, der nicht komplett versaut ist. Ich weiß, dass das natürlich nicht nur mit einem Elektroauto funktioniert, dass da ganz viel mehr zugehört, aber der Kanal dreht sich ja um ganz viele Themen. Um Elektromobilität, um Tesla, um erneuerbare Energien. Es gibt ja so viele Themen, über die ich gerne spreche. Ich bin zwar hier kein Gelehrter und kein Wissenschaftler, aber ich habe was zu berichten. Und ihr könnt auch immer eure offene Meinung äußern, das mache ich ja auch. Ich labere ja auch nur immer daher. Jetzt habe ich wieder so viel geschwafelt. Jetzt kommen wir mal zu den eigentlichen Hauptpunkten. Also wie sieht das überhaupt mit dem Zeitaufwand aus? Bei YouTube ist es wirklich so, dass viele Leute denken, man lädt ein Video hoch, man quatscht jetzt irgendwie was in die Kamera rein und fertig. So ist es leider nicht, weil du brauchst ja verschiedenste Ansätze erstmal. Du brauchst erstmal eine Idee, worüber du sprichst. Dann musst du das irgendwo für dich auch im Kopf gliedern. Entweder machst du es schriftlich, bereitest dich wirklich richtig drauf vor oder wenigstens im Kopf oder stichpunktartig oder was auch immer. Dann musst du das Video auch irgendwo abdrehen. Und dann musst du das natürlich auch noch schneiden, weil du redest natürlich auch ganz viel Stuss. Also ich auf jeden Fall, ich rede so viel Stuss, da könnte ich, keine Ahnung, die ganze Nacht durchfilmen. Da bleibt jede Menge Mist immer übrig und das muss ich wegschneiden. Und von daher nimmt es halt relativ viel Zeit in Anspruch. So, wenn man mich jetzt so fragt, im Schnitt, wie lange dauert so ein Video? Und da kann ich euch sagen, zwischen vier und acht Stunden sitzt man an einem Video dran. Das gilt jetzt beispielsweise für die langen Videos. Also lange heißt jetzt, ich sag mal, zwischen acht und dreißig Minuten irgendwie sowas in der Richtung. Je nachdem, was ich gerade für einen Quatsch-Flow habe oder was ich für ein Thema habe. Manchmal etwas umfangreicher, manchmal eben nicht. Aber grundsätzlich kann man noch nicht mal sagen, ob ein 30-Minuten-Video länger dauert zu schneiden und zu bearbeiten als ein Acht-Minuten-Video. Weil manchmal ist es wirklich so, da hast du einen Flow, dann quatscht er halt. Und da brauchst du natürlich viel schneiden und manchmal redest du nur Dünnschiss und dann brauchst du Ewigkeiten zum Bearbeiten. So, dann gibt es ja noch die Shorts, die mache ich also auch. Und ja, also da ist es ja so, dass die Shorts maximal eine Minute lang sind. Und man könnte ja jetzt meinen, okay, so eine Minute ist mal schnell dahingeschissen. Das ist, das kann auch so sein, nur meine sind, was die Schnitte angeht, doch schon oft etwas aufwendiger. Und die Ideen dahinter, auch wenn sie nicht jedem gefallen. Oh, hier ist ganz schön ein starker Wind. Ich hoffe, ihr hört mich noch ein bisschen. Weil ich habe hier eigentlich hier das Ding drauf. Ja, wo war ich stehen geblieben? Also Shorts, da brauche man ungefähr, oder da brauche ich ungefähr ein bis drei Stunden zu, bis die dann wirklich so geschnitten sind, wie sie mir gefallen, mit der Musik hinterlegt und alles. Also auch das, selbst wenn es nur so ein 30-Sekunden-Ding ist, dauert schon seine Zeit. Und egal, wie das jetzt bei euch ausschaut, ob ihr jetzt Bock habt, vielleicht auch YouTube zu machen, ihr spielt mit dem Gedanken, ihr wollt das so ein bisschen nebenbei machen, ihr wollt das irgendwie hauptberuflich machen oder sonst was in der Richtung, das sollte man sich natürlich ganz gut überlegen, weil ihr werdet gleich bei der monetären Geschichte feststellen, dass man da doch schon einiges an Glück, denke ich mal, haben muss, damit man auch davon leben kann oder könnte, wenn man sofort einsteigen möchte. Aber, ja, es ist halt so, ihr müsst auch immer auf etwas verzichten. Also es ist nun mal wirklich so, egal welcher Zeitaufwand dahinter steckt, ihr könnt nicht alles gleichzeitig machen und ihr müsst eine andere Sache, die ihr vielleicht vorher in eurem Leben gemacht habt, dann ein wenig zurückstecken. Ich kann für mich sagen, dass YouTube sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ehrlich gesagt. Aber, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt einfach dazu, für mich ist YouTube auch nicht zum größten Teil Arbeit, sondern zum größten Teil wirklich Vergnügen, Hobby. Und ich kann euch einfach sagen, ich hatte in meinem Leben, ich bin jetzt 41 Jahre alt, noch nie wirkliche, richtige Hobbys für mich so entdecken können, wo ich mir gesagt habe, okay, da habe ich Bock drauf, da renne ich jede Woche hin, das mache ich und tue ich und da gehe ich auf und da hole ich mir Sachen für und was auch immer. Das hatte ich irgendwie nie so wirklich. Für mich gab es dann beispielsweise früher den Sport oder dann die Familie und alles, aber nie so ein eigenes Hobby, wo ich dann drin aufgegangen bin. Mittlerweile ist es halt so, muss ich ganz ehrlich sagen, ist YouTube für mich einfach ein super, super tolles, liebes Hobby. Ich habe hier so viele tolle Leute kennengelernt, und ich habe so ein Feedback, mir macht das einfach Spaß. Natürlich kriegt man auch blöde Kommentare, das ist halt nun mal einfach so, das gehört dazu. Aber mir macht es einfach riesig Spaß. Und wenn ich jetzt prozentual das mal angeben müsste, würde ich sagen, ist YouTube für mich schon zwischen 70 und 80 Prozent wirklich ein Hobby und 20, 30 Prozent ist einfach die Arbeit. Und wenn ich das dann irgendwo wieder ins Verhältnis setze, dann ist es toll, weil dann ist es auch eigentlich wurscht, was ich dann monetär da rausbekomme, denn ich lebe ja quasi mein Hobby und kriege dafür noch ein paar Euro. Das ist doch, also für mich ist das einfach mega. Es kommt halt immer auf die Sichtweise an, Leute. So ein Hobby hin oder her, aber ich bin trotzdem immer so ein, ich sage mal, schon ehrgeiziger Mensch, dass ich mir gewisse Dinge auch vornehme. Und wenn ich irgendwas anfange, dann mache ich mir auch einen Plan und denke mir dann einfach, okay, wo geht die Reise hin? Was kannst du schaffen? Wie sieht das aus? Und als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich mir einfach so den Entschluss gefasst, ich mache das jetzt, ich probiere das ein Jahr aus und gucke, wo ich dann stehe. Und mein Ziel war es, in einem Jahr monetarisiert zu sein, also 1000 Abonnenten zu haben und 4000 Stunden Watchtime, weil das brauchst du, um erstmal überhaupt über YouTube Geld verdienen zu können. So, aber wie das jetzt ganz genau mit dem Geld verdienen ausschaut und was da alles zukommt und ob das nur über YouTube Klicks sind oder ob es da noch andere Einnahmequellen gibt, das gucken wir uns jetzt am besten von mir zu Hause einfach mal an, denn das mit dem Wind geht mir auch so ein bisschen hier auf den Keks. Ich weiß jetzt im Grunde genommen gar nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit gefilmt habe und ihr kein Wort verstanden habt. Das wäre natürlich blöd, weil dann müsste ich alles nochmal neu machen. So, und von daher fahren wir jetzt zu mir nach Hause und ich habe auch so ein bisschen was jetzt an Screenshots schon mal vorbereitet, damit ihr gucken könnt, okay, was blieb denn da jetzt überhaupt hängen, lohnt sich das für mich oder wie ist das? Ach so, vielleicht nochmal als kleine Ergänzung, warum heißt der Kanal eigentlich zum Glück gespart? Denn wir sparen uns hier auf diesem Kanal den klassischen Verbrennungsmotor und gehen elektrisch in die Zukunft und ich muss auch immer ganz ehrlich dazu sagen, ich bin halt so vom Charakter her schon so ausgelegt, dass ich eher so ein Typ des Sparens bin beziehungsweise einfach nicht für jeden Mist mein Geld ausgebe. Ich versuche das irgendwo im Gleichgewicht zu halten. Natürlich soll man auch jetzt leben und sich seine Träume so erfüllen, die man vorhat, aber alles irgendwo immer im gesunden Maß und nicht einfach immer extrem übertreiben, rumprollen, dies machen, jenes machen, einfach nur um zu asen. Ich finde, das muss einfach nicht sein, es sollte nur einem gesunden Verhältnis sein und ich bin halt auch Familienvater, ich habe zwei Kinder und ich möchte immer ein gutes Vorbild sein. Und zum Glück gespart heißt für mich auch einfach, so mit seinen Ressourcen, die man hat, einfach gut umzugehen und versuchen da in dem Sinne auch für seine Mitmenschen, für seine Familie, für seine Kinder gerade ein gutes Vorbild zu sein und nicht alles so einfach rauszuhauen. So, wir starten jetzt in die letzte Runde und für euch wahrscheinlich auch in die interessanteste Runde von der Frage her, lohnt sich YouTube überhaupt oder lohnt sich YouTube für mich? Denn wir sprechen über die Monetarisierung beziehungsweise darüber, was wirklich jetzt geldtechnisch YouTube so einbringen kann oder bei mir einbringt. Und dafür habe ich mir jetzt einfach mal ein zweites Smartphone zur Hilfe genommen, denn ich habe hier schon mal ein paar Screenshots gemacht, denn ihr müsst ja wissen, ich filme wirklich alles mit meinem Smartphone und wenn ich jetzt beispielsweise einen Screenshot mache, dann ist es natürlich schwierig, direkt auf das Smartphone zu schauen und gleichzeitig zu filmen. Deswegen muss ich quasi immer, wenn ich irgendwas aufgenommen habe beziehungsweise einen Screenshot gemacht habe, dann noch ein anderes Telefon nehmen, das wieder abfotografieren und dann kann ich hier quasi so vorlesen. Man könnte jetzt auch mit dem Laptop arbeiten und alles Mögliche, aber ich mache es irgendwie so, dann bin ich flexibel, kann das auch von unterwegs machen und bis jetzt hat es einfach so funktioniert. Also ich habe zur Zeit, und das blende ich euch jetzt einfach mal ein, 2.113 Abonnenten. So, und das setzt sich wie folgt zusammen. Also diese 2.113 Abonnenten haben quasi in den letzten 365 Tagen dazu geführt, dass meine Videos 445.870 Mal geklickt wurden. Jetzt steht hier natürlich 6.434% mehr als in den letzten 365 Tagen. Das ist klar in dem Fall, weil ich ja kurze Zeit vorher, vor diesem Jahr erst angefangen habe und da kamen natürlich noch nicht besonders viele Klicks zustande, logischerweise. Also da könnt ihr aber sehen, wie viele Klicks jetzt in einem Jahr zustande gekommen sind. Und das ist sicherlich auch noch ganz stark ausbaufähig. Ich bin aber doch schon zufrieden damit, wenn ich mir das einfach überlege. Ja, ich wohne halt in Witten. Witten hat roundabout 100.000 Einwohner oder ein bisschen mehr. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, haben quasi 4.5 Mal Witten meine Videos geschaut. Ja, das finde ich in dem Fall jetzt gar nicht so verkehrt. Ich bin auch als Nebenberufler sehr zufrieden damit, muss ich sagen. So, in den letzten 90 Tagen waren es dann 148.000. Das heißt also ungefähr im Schnitt pro Monat 50.000 Klicks. Das steigert sich jetzt so langsam. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch die Frage gestellt bekommen, wie das denn ausschaut. Ob ich jetzt so einen richtigen Hype zwischendurch mal hatte oder ob das alles relativ linear alles vonstatten geht oder ob es auf einmal eine riesige Steigerung gab. Also ich muss sagen, in diesem Jahr gab es für mich keine große Steigerung. Man muss wirklich sagen, es war wirklich irgendwo alles hart erarbeitet und ohne, dass man jetzt ein Video oder so dabei hatte oder eine Initialzündung, wo es jetzt richtig nach vorne ging. Also das gab es in dem Fall nicht. Eher ging es relativ geradlinig, immer peu à peu, Stück für Stück, immer weiter nach vorne. So, und hier kann man das auch ganz gut eben sehen, dass die Tendenz leicht steigend ist. Also es gibt ein paar bessere Monate und ein paar schlechtere Monate. Wobei ich ja im, jetzt muss ich kurz überlegen, im Oktober 2022 angefangen habe. Im März, also Mitte März, war ich dann monetarisiert. Und das heißt, ab da zählt es ja im Grunde genommen auch erst richtig, weil ab da kann man auch erst Geld verdienen. So, und wie man hier sehen kann, ist ab März also schon eine Steigerung zu sehen. Klar, flachte das mal zwischenzeitlich in einem oder anderen Monat auch mal ein bisschen ab. Aber wenn man jetzt eine Linie ziehen würde, kann man schon erkennen, dass irgendwo die Klickzahlen, die Aufrufzahlen langsam nach oben gehen. Ja, warum ist das manchmal ein bisschen besser oder schlechter? Das kann man sicherlich gar nicht ganz so ganz genau sagen. Denn es hängt ja auch damit zusammen, was für Videos ich gerade hochgeladen habe. Und manchmal ist es ja auch so, dass ein Video ein bisschen besser ankommt als die anderen und mehr geklickt wird. Und dann wirkt sich das natürlich dann direkt wieder auf den Monat schon aus. So, wenn wir jetzt einfach mal schauen, was habe ich eigentlich für eine Zielgruppe? Man muss natürlich schon sagen, ich bin ja selber über 40 und wenn ich natürlich über erneuerbare Energien, über Tesla, über Elektroautos spreche, dann ist es so, dass, sage ich mal, die meisten jüngeren Leute noch nicht in den Genuss kommen, sich ein neues Elektroauto zu kaufen oder geschweige denn ein Tesla beispielsweise. Und die Altersstruktur sieht also so aus, dass es wirklich auch so ist. Ich weiß nicht, ob es an meinem eigenen Alter liegt oder einfach an dem Thema, was ich habe, aber der Großteil der Leute bewegt sich irgendwo zwischen 35 und 64 Jahren. Und ja, die Spitzengruppe liegt im Grunde genommen zwischen 55 und 64 Jahren. Das ist jetzt in den letzten 28 Tagen gewesen. Wenn wir jetzt mal weiterschauen, die letzten 365 Tage sieht es also etwas anders aus. Also da verteilt sich das noch mal ein bisschen besser. Da ist es sogar so, dass die Hauptzielgruppe im Bereich 45 und 54 sind, aber dicht gefolgt von den 35-Jährigen bis 44-Jährigen. So, was haben wir noch? So, das betrifft jetzt alle Videos. Das heißt also, lange Videos wie auch Shorts. Und wenn man jetzt nur schaut, was zum Beispiel bei den normal langen Videos abgeht, da ist es so, dass auch hier der Großteil im Bereich zwischen 45 und 54 Jahren liegt. Und das ist leicht unterschiedlich zu dem Bereich Shorts. Also Shorts gucken sich doch dann schon jüngere Menschen an. Also da gibt es sogar eine Altersgruppe von 13 bis 17 Jahren, die meine Shorts teilweise gucken. oder auch 15,9 Prozent zwischen 18 und 24 Jahren. Ich finde, das merkt man aber auch. Das merkt man einfach, weil auch teilweise die, naja, ich will es mal so ausdrücken, nicht bei allen, aber bei vielen, die Qualität der Kommentare, die dann teilweise kommt, ist schon ein Unterschied zu den langen Videos, muss man sagen. Also da kommt doch schon ein ganz anderes Feedback quasi zustande, als bei den Shorts. Aber Shorts sagen auch in der Regel gar nicht so viel aus. Also manchmal frage ich mich auch, ich mache sehr gerne Shorts. Ich bin, ja, was das angeht, immer, ja, rastlos und mache das, was mir gerade Spaß macht. Und man kann halt mit einem Short nicht unbedingt immer ein komplettes Thema behandeln. Man kann im Grunde genommen nur was anschneiden oder, ja, eine gewisse Spitze setzen, vielleicht mal einen Witz über irgendwas machen. Und manche denken also wirklich, dass man mit einem 30-Sekunden-Short irgendwie, ja, ein ganzes Buch schreiben möchte oder irgendwas ganz Spezielles ausdrücken will. Das ist manchmal gar nicht so. Manchmal ist ein Short einfach nur zur Unterhaltung da und das Missverstehen finde ich auch viele immer. Und das liegt aber wahrscheinlich auch teilweise an der Alltagsstruktur. Ja, interessant finde ich übrigens auch zu sehen, dass anscheinend mein Thema oder meine Person die Frauen nicht so wirklich interessiert. Denn 96% der Klicks beziehungsweise der User sind männlich und 4% in dem Fall nur weiblich. Das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Tja, was könnte man denn auf meinem Kanal mehr an Themen bringen, die auch die die weibliche Fraktion mehr ansprechen würde. So, und da ich ein Freund der Zahlen und der Statistiken bin, finde ich natürlich die ganzen Analysen hier, die YouTube bereitstellt, total super. Dann kann man schon einiges immer deuten. Was mich aber erschreckt, muss ich sagen, ist, dass zum Beispiel fast 85% der Nutzer ohne Abo zurzeit sind und nur 15,1% sind eben mit Abo. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass ihr jetzt, wenn ihr solche Videos gut findet, auf Elektromobilität steht, auf Tesla, auf erneuerbare Energien oder einfach mal solche Informationsvideos haben möchtet, wie viel man halt mit YouTube verdienen kann, dann macht doch unten einfach mal ein Abo rein, macht einen Daumen hoch, wenn das Video gut ist und dann gerne es auch schon weitergehen. So, dann wurde ich übrigens auch gefragt, wie schaut das denn aus bei dir? Hast du denn jetzt wirklich mal so einen Flow gehabt und dass total viele Abonnenten entstanden sind durch gewisse Videos oder so? Und da muss ich sagen, ja, es gibt natürlich immer wieder Videos, die einfach dazu anregen, vielleicht den Kanal zu abonnieren, wenn das Thema so gestaltet ist oder gerade den Geschmack von vielen Leuten trifft. das sieht man hier auch nochmal ganz gut. In den letzten 90 Tagen gab es immer wieder gewisse Peaks, wo viele Abonnenten dazu kamen, aber wenn man so im Schnitt schaut, ist das jetzt nicht immer irgendwo total überragend oder so. Also es gab ein paar Videos, die sind wirklich sehr gut angekommen, die haben sehr viel Abonnenten gebracht und dann halt auch wieder Videos, die eben nicht so gut gelaufen sind. Aber dass man jetzt sagt, okay, ich habe ein Video gemacht mit, keine Ahnung, 100.000 Klicks oder so, leider nicht. Leider ist dem nicht so und dadurch habe ich dann irgendwie 1.000 Abonnenten dazu gekriegt. Nein, also bei mir ist das wirklich ja alles eine Fleißarbeit, muss man sagen. Ich habe mittlerweile, ich glaube, 188 Videos hochgeladen und da muss man sagen, wenn man das jetzt durch die Abonnenten teilt, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie viele Abonnenten ich pro Video zur Zeit irgendwo bekomme. Mal mehr, mal weniger. Es kann also durchaus sein, dass ich mal 50 Abonnenten für ein Video erhalte oder auch mal einfach nur 5. So, kommen wir jetzt zum interessantesten Punkt, wie viel gelte ich jetzt eigentlich wirklich mit YouTube verdient habe beziehungsweise mit den Clips-Clicks, das, was ich euch hier jetzt eben zeigen kann. So, und jetzt gebe ich euch folgende Statistik und da könnt ihr sehen, eine Summe von 162,36 Euro. Das ist zum Beispiel die Summe, die ich bis dato und heute ist quasi schon November, aber das ist ein Screenshot noch, da wurde quasi, ich glaube, bis zum 30. geguckt. Der 31. Oktober würde da in dem Fall noch fehlen. Sind das 162,36 Euro. So, wenn man sich jetzt mal die anderen Monate betrachtet, kann man also sehen, März, wo es jetzt mit der Monetarisierung losging, war das noch nicht wirklich viel. Ich glaube, das war irgendwas mit 24 Euro. April waren es um die 70 Euro im Mai genauso. Im Juni kam mal eine große Spitze. Das ist auch bis jetzt so mein bester Monat. Da haben einige Videos doch dann etwas mehr abgeworfen und etwas mehr Klicks gebracht. Da war es irgendwo was mit 185 Euro und wie gesagt, sonst eher so im Schnitt immer so ein bisschen über 100 oder unter 100 Euro. Aber wenn ihr jetzt einfach mal schaut, euch die Balken anguckt, dann sehe ich da jedenfalls, bilde ich mir das ein, eine gewisse Steigerung. Also wenn ich jetzt hier eine Linie ziehen würde, würde man erkennen, quasi wenn die Linie jetzt so weitergeführt werden würde, dass es wahrscheinlich eine Steigerung geben wird. Würde mich auf jeden Fall freuen, aber ich nehme das alles so hin, wie es zur Zeit ist. So und wenn man jetzt mal guckt, wie setzt sich das eigentlich zusammen, waren es jetzt insgesamt in einem Jahr 854,58 Euro. Davon waren 799 Euro Anzeigen auf der Wiedergabe-Seite und 55 Euro aus YouTube Premium. Shorts, ja, wie ihr sehen könnt, bringen Shorts richtig, richtig Kohle. Das waren bis dato mit allen Shorts, die ich bis jetzt produziert habe, 8,33 Euro. Also damit könnte ich dann schon mal morgens einmal zum Bäcker gehen und ein paar Brötchen kaufen, vielleicht auch noch ein halbes Brot und das ist es dann im Grunde genommen auch schon gewesen. Aber das ist halt immer so ein Punkt, warum macht man das eigentlich? Macht man jetzt wirklich die Shorts, um Geld zu verdienen? Macht man, um einfach den Kanal größer werden zu lassen? Macht man Shorts, weil es einem einfach Spaß macht? Macht man Shorts, weil man Ideen hat? Ich kann euch sagen, mir macht es Spaß. Ich habe manchmal solche Ideen, da brauche ich kein großes Video zu machen. Das sind einfach nur so Kurzideen, wo ich einfach nur einen Bits machen will oder sonst was in der Richtung oder irgendein Statement abgeben möchte. Aber nichts, wo ich mir jetzt vorher dann Gedanken mache, boah, das wird jetzt eine Million Mal geklickt und damit verdiene ich dann die dicke Patte. Also ihr könnt hier in dem Fall sehen, dass die normalen langen Videos natürlich für den YouTuber deutlich lukrativer sind als die Shorts. Shorts sind aber definitiv gut für die Reichweiten, die sind schnell mal produziert und die können ganz andere Ausmaße auch annehmen. Also es kann durchaus mal sein, dass man einen Short macht. Bei mir war es leider noch nicht so. Ich glaube, mein bestes Shorts liegt irgendwo bei, keine Ahnung, 20.000 Klicks oder so. Aber es kann durchaus sein, dass ich einen Short mache, dass ich eine Million Klicks auf einmal habe. Aber selbst dann würde ich damit nicht reich werden. Also den Zahn kann ich euch auf jeden Fall ziehen, aber das gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ansonsten mit YouTube Premium verdient man anscheinend noch ein bisschen Geld. Das macht man aber automatisch, weil manche halt Premium-Mitglieder sind und sich keine Werbung reinziehen müssen auf YouTube und dann eben Kanalmitgliedschaften. Und wie ihr sehen könnt, ist auch diese Zahl, die dahinter steht, sehr, sehr klein. Das liegt einfach daran, weil ich noch nicht sehr viele Kanalmitglieder habe. Entsprechend könnt ihr natürlich auch Kanalmitglied werden. Dafür kriegt ihr immer gewisses Zusatzmaterial geliefert. Ich schenke euch besondere Aufmerksamkeit, was eure Kommentare angeht und vieles, vieles mehr. Das entwickelt sich aber gerade erst und ich finde auch, ihr müsst natürlich auch schon, das ist immer so ein Punkt, ihr müsst schon auf so einen Kanal Bock haben. Ihr müsst auf die Person Bock haben und ihr müsst einfach Bock haben, vielleicht auch den Creator in irgendeiner Form unterstützen zu wollen mit etwas Besonderem. Mich würde es schon freuen, wenn ihr auf jeden Fall die Videos schaut und einen Daumen hoch macht, dann ist das alles schon toll. Aber dann noch so ein Ding zu sagen, okay, ich investiere jetzt jeden Monat und sei es nur diese 99 Cent beispielsweise in der kleinsten Stufe, das finde ich schon eine super heftige, krasse Sache für jemanden, ja, so eine x-beliebigen Stinke. Ich habe doch hier auch nichts Besonderes gemacht, ich mache ja einfach nur meine Videos und anscheinend gefällt es dem einen oder anderen so gut, dass er sagt, okay, ich möchte bei dir einfach Kanalmitglied werden, das macht mir so viel Spaß, du bist ein toller Typ. Ja, also von daher, ihr dürft das natürlich auch gerne tun. Alle weiteren Informationen findet ihr unter dem Reiter Kanalmitgliedschaft. Das scheidet bei YouTube, bei der Monetarisierung noch zwischen RPM und CPM, beim RPM ist es so, also das ist im Grunde genommen das, was ihr hinterher für eure Klicks, für eure Videos erhaltet, das heißt also in meinem Fall jetzt beispielsweise in den letzten 90 Tagen bei normalen Videos war es so, dass wenn ich 1000 Klicks hatte, habe ich dafür 4,88 Euro bekommen. So, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis übrigens mit den Shorts setzt, da sieht es zur Zeit so aus, ich glaube aber, das ist ein relativ normaler Schnitt, dass man für 1000 Klicks ungefähr 7 Cent bekommt. Ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja quasi gar nichts und da brauche ich im Grunde genommen schon eine Million Klicks, damit man überhaupt merkt, dass man irgendwas in der Form da verdient hat. Wenn ich eine Million Klicks entsprechend dann mit langen Videos hätte, ja, rein hypothetisch, sehe das natürlich dann schon deutlich besser aus, aber so schnell und so einfach geht es leider nicht. Auf jeden Fall habe ich anscheinend noch nicht so diesen, ja, diesen Flow für die Leute wecken können, dass man sagt, pass mal auf, dieses Video muss man einfach sehen, das ist so interessant, dass es bei mir in dem Fall noch nicht passiert und deswegen schlage ich mich so rum zwischen, ich sage einfach mal, 1000 Klicks und 5000 Klicks. Es gab auch schon mal lange Videos dabei, die lagen so auf ungefähr einem Niveau von 10.000 bis 11.000 Klicks, aber das ist eher die Seltenheit. Das letzte Video beispielsweise liegt jetzt schon über 5000 Klicks, das ist also sehr gut angekommen, hat auch sehr viele Abonnenten gebracht, wahrscheinlich, weil ich da auch noch mal über meine, ja, meine jetzige Situation gesprochen habe. Da möchte ich mich übrigens auch noch mal recht herzlich bedanken, denn ich habe so viel tolles, positives, aufbauendes Feedback bekommen. Ich habe nicht jedes Kommentar wirklich beantwortet, aber ich habe mein Statement dazu abgegeben, ich bin euch sehr dankbar dafür, ich bin sehr froh, dass das so gut angekommen ist. Es wunderte mich fast schon, dass im Grunde genommen nur über meine private Situation gesprochen wurde, anstatt über Tesla und die E-Autoschlagzeiten der Woche. Ich glaube, da kamen nur ein paar Kommentare zu. Also wirklich, der letzte Teil, der hat euch geflasht, der hat natürlich auch mich geflasht und ich wollte mich einfach noch mal dazu, ja, oder dafür bedanken, dass ihr, ja, wirklich für mich da seid, dass ihr mir warme Worte geschenkt habt, aufbauende Worte und ihr seid echt eine ganz, ganz tolle Community. So, zusätzlich zu den normalen YouTube-Einnahmen, also quasi über die Klicks, gibt es aber für Creator noch verschiedenste andere Möglichkeiten, etwas Geld zu verdienen und das geht meistens über Sponsoren, über gewisse Affiliate-Links beispielsweise oder für, ja, Firmen, wo man einfach Werbung macht und dann eine gewisse Provision dafür erhält. Das ist auch in meinem Fall entsprechend so und um das einfach mal vielleicht auch für euch nochmal zusammenzufassen, ist es also so, dass ich beispielsweise Werbung für den Shop for Tesla mache, also ich habe sehr viele Produkte beispielsweise von dem Shop for Tesla und finde auch sehr, sehr viele davon ziemlich gut oder sehr gut, manche eben nicht, aber die stelle ich in der Regel dann auch nicht vor. Es gibt also tolle Artikel im Shop for Tesla für eure Tesla- oder Elektroautos zu kaufen, da könnt ihr natürlich auch immer meinen Kanal unterstützen, denn ich bekomme hier bei jedem Verkauf oder bei jedem Kauf, den ihr tätigt, bekomme ich eine kleine Provision und kann dann eben entsprechend meinen Kanal dadurch wachsen lassen, besser aufstellen, besseres Equipment kaufen und so weiter und so fort. Oder beispielsweise der Bereich Geld für E-Auto, also wo ihr eure eingesparten CO2-Missionen quasi verkaufen könnt, einmal im Jahr mit eurem Elektroauto, auch da mache ich bei Geld für E-Auto Werbung für, auch da bekomme ich für eine Vermittlung eine kleine Provision, auch das steht euch natürlich frei über meinen Link zu machen oder über halt andere Links von anderen YouTubern oder auch eben nicht. Das ist aber auf jeden Fall immer wieder so ein Punkt, wo man den einen oder anderen Euro noch mitmachen kann. Dann, wie gesagt, habt ihr ja schon gesehen, die Kanalmitgliedschaften ist immer so ein Extrapunkt, der fällt aber gar nicht so groß ins Gewicht. Das wäre natürlich schön, wenn das immer so eine gewisse Einnahmequelle in Zukunft wäre, die auch etwas größer wird, aber damit rechne ich in der Regel auch nicht, denn ich bin froh, dass ihr meine Videos einfach schaut, dass ihr Spaß daran habt, denn dann habe ich auch Spaß daran weiterzumachen und das ist für mich im Grunde genommen auch das Wichtigste. Ja, was gibt es noch? Also ich kriege natürlich auch von verschiedenen anderen Firmen teilweise Equipment zugeschickt und da muss man schon sagen, viel kommt davon aus China und da sage ich so, wie es ist, das ist nicht immer alles super toll. Mittlerweile teste ich wirklich nur noch die Produkte so oder ich kriege sie zugeschickt und wenn sie mir gar nicht gefallen, schicke ich sie direkt zurück und teste sie vielleicht auch gar nicht oder ich teste sie für euch, sage, wie sie sind und schicke sie dann wieder zurück oder ein paar behalte ich davon. Das kommt immer ganz auf die Produkte an, die ich bekomme, ob die für mich Sinn machen oder eben nicht. Jedenfalls ist es so, dass auch da natürlich ein gewisser Vorteil für den YouTuber entsteht, dass man, wenn man beispielsweise die Produkte dann behalten kann, ein Video gedreht hat, dann ist das so eine Win-Win-Situation, aber das ist natürlich jetzt nicht so eine monetäre Sache, dass man jetzt sagt, wow, das ist super toll. Aber das kommt so nebenbei eben noch manchmal dazu. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt zur Zeit ist eben das Weiterempfehlungsprogramm von Tesla, wenn du also quasi einen Tesla kaufen möchtest, dann kannst du das auch über meinen Weiterempfehlungslink Freunde und bekannten Weiterempfehlungslink von Tesla machen. Zwölf Links hat man im Jahr im Grunde genommen in dem Fall frei oder zwölf Vermittlungen. Und ja, da ist es wirklich so, dass man da wirklich sagen kann, weil ich eben diese Punkte, die ich dann von Tesla bekomme, dafür für Supercharging in erster Linie benutze. Das heißt also gratis frei laden kann. Das macht sich schon richtig bemerkbar, gerade bei den jetzigen Strompreisen, die ich am Supercharger habe oder auch zu Hause ist es schon toll, dass man dann eben gratis laden kann. Und das ist immer wirklich so eine Sache, wo ich mir dann sage, boah, cool, dass das ein User, und ihr seid ja nun mal Freunde von mir, das habe ich an den letzten Kommentaren gesehen, wenn diese User dann entsprechend auch noch einen Tesla, über meinen Link bestellen, habe ich wieder was davon und dann sowas lohnt sich natürlich dann auch. So, und wenn man jetzt alles zusammenzählt einfach mal, dann kann man wirklich sagen, also sagen wir jetzt einfach mal grob, habe ich also über YouTube Klicks, lass es jetzt 850 Euro gewesen sein, verdient. Das ist natürlich alles immer Vorsteuer und jetzt könnt ihr, und jetzt möchte ich da jetzt nicht unbedingt die ganz genauen Zahlen nennen, das wollen auch die ein oder anderen Sponsoren in dem Fall nicht, aber wenn ihr diese Zahl dann einfach nochmal verdoppelt, dann wisst ihr ungefähr, was ich dann noch erhalte von den ganzen Werbegeschichten, also wie Shop for Tesla oder Geld für E-Auto, also es ist auch nicht die Welt, davon wird man nicht reich und gerade ihr seht ja bei einem kleinen Hobbykanal kann man vielleicht, wenn man Glück hat, dann einmal im Jahr schön auf dem Campingplatz im Urlaub fahren, zu zweit, und das war es im Grunde genommen auch. Das kann sich natürlich alles entwickeln, aber es kommt einfach darauf an, was habe ich denn vorher für eine Ambition gehabt, und wie weit wollte ich kommen, was ist denn mein Ziel? Ich habe natürlich gewisse Ziele, das ist ganz klar, aber ich bin echt mit dem zufrieden, was ich bis jetzt erreicht habe und das macht mich auch stolz und es ist aber definitiv noch ausbaufähig. Und wenn man dann eben sieht, so wie ich es auch am Anfang schon gesagt habe, es für mich wirklich zum größten Teil ein Hobby ist, dann ist das doch eine super Win-Win-Situation. Ich kriege quasi für das, was ich gerne mache, auch noch Geld. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Fußballer, ja, ein Fußballer in der ersten Liga, nur, dass ich halt nicht so viel Geld dafür bekomme. Aber ich übe mein Hobby aus und es macht mir einfach Spaß und dafür bekomme ich sogar noch Geld und gebe dafür kein Geld aus. Ja, also es ist für mich eine sehr tolle Sache. Ich hoffe natürlich, dass sich das weiterentwickelt. Ich bin jetzt gerade in den Kinderschuhen im ersten Jahr. Ich lerne jeden Tag, wirklich jeden Tag immer noch dazu und bin aber wirklich happy, so wie es läuft. und ich hatte übrigens noch eine, ein, zwei Fragen, die ich noch beantworten wollte. Einen Moment. So, Andi0439 fragt, mich würde interessieren, mit welcher Ausrüstung hast du angefangen? Mikrofon, Kamera und welche benutzt du jetzt? Dein bestes Video, das Video, was nicht so gut war, Entwicklung deiner Abonnenten, der Zuwachs, war der kontinuierlich oder ging es dann irgendwie einen Monat durch die Decke? Und Aussicht, was hast du denn mit dem Kanal eigentlich so vor? So, und da kann ich schon mal sagen, also, ja, Ausrüstung. Ausrüstung, Ausrüstung ist gut. Also, ich besitze und da gucke ich gerade rein, ein Handy und noch ein zweites Altes, um gewisse Sachen halt hier zu koordinieren und dann hier schon mal vorzulesen, beispielsweise. Ich filme wirklich alles mit meinem Handy. Ich habe keine spezielle Kamera und meistens mache ich sogar alles, wie in dem Fall jetzt mit der Frontkamera, sodass ich mich also selber hier entsprechend sehen kann. Mehr oder weniger ist es in dem Fall nicht. Dann habe ich beispielsweise hier so ein bisschen Equipment, was Mikrofon angeht, aber auch hier Low Budget, ja, also noch nicht mal, keine Ahnung, so eine rode Geschichte. Es war eine etwas günstigere Variante, aber ich finde den Ton eigentlich gar nicht schlecht und das hat gekostet, ich weiß nicht, 150 Euro. Ich hatte das irgendwann in irgendeinem Video mal besprochen gehabt. Irgendwie so round about 150 Euro, glaube ich. So, dann habe ich jetzt hier noch so ein Mini-Stativ, ja, so ein Handy-Stick-Dingsbumster, den ich hier aufstellen kann. Ja, aber das hier, ganz ehrlich, hier Amazon, ich glaube, keine Ahnung, 10 Euro, 15 Euro, irgendwie so, also wirklich Low Budget. Ich versuche, die Kosten so gering wie möglich zu halten, weil ich bin ja ein Sparfuchs, wisst ihr, ja? Ob das manchmal immer so gut ist, mit so einem Schrott-Equipment durch die Gegend zu rennen, weiß ich nicht. Ich mache es aber so, denn ich bin, wie ich bin und werde mich für andere Menschen definitiv nicht verbiegen. So, was habe ich denn noch? Ich habe mir jetzt neuerdings zugelegt eine Lichtquelle, die blende ich jetzt ganz kurz mal ein. Auch die hat übrigens insgesamt ein bisschen über 30 Euro kostet, mehr war es nicht, hat aber jetzt schon hier ein tolles Stativ, tolles Licht, verschiedene Farben, die man dann nehmen kann, finde ich für das Geld auf jeden Fall eine super Sache. Ich kann das ja mal hier mal gucken, wenn ich das jetzt hier direkt mal umstelle. Oh. Oh. Seht ihr? Ja. Also da haben sich doch die 30 oder 35 Euro gelohnt, ja? Kriege ich jetzt meine normale Einstellung wieder hin? Das ist ja, wird man ja blind. Ja und wie gesagt, zu den anderen Punkten, also ich sage mal, so richtige Top-Videos gibt es bei mir, finde ich eher nicht. Klar, sagt man natürlich schon, wenn man sonst so zwischen 1000 und 3000 Klicks irgendwo hat und dann mal ein 10.000-Klick-Video dabei ist, dann ist das schon top, aber das ist jetzt auch nicht überragend. Also da muss ich sagen, hält sich das alles in Grenzen. Es ist eher wirklich eine lineare, langsame Steigerung ohne großartige, ja, tolle Mega-Effekte mit exponentiellem Wachstum. Das habe ich leider nicht. Was ich natürlich auch schon ganz oft bei vielen Kanälen gehört habe, wo auf einmal ein Video durch die Decke ging, warum auch immer, weil der Algorithmus von Tesla, ach, der Algorithmus von Tesla, der Algorithmus von YouTube entsprechend das Video einfach nochmal aufgegriffen hat und dann kamen deutlich mehr Klicks zustande. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt das ja noch, ich bin da definitiv, ja, geduldig und wir schauen einfach mal, was die Zukunft da bringt. Ansonsten, was steht hier noch drin? Zuwachs Abonnenten, auch das war eher, sag ich mal, vom Anfang bis Ende eher kontinuierliches Wachstum ohne irgendwelche großartigen Spitzen dabei. Also ich muss sagen, ich habe so im Schnitt ungefähr im Monat zwischen 120 und 170 Abonnenten dazu. Das schwankt halt immer so ein bisschen, je nachdem, was ich für Videos hochlade oder wie viele. Aber dass ich jetzt sage, in einem Monat hatte ich jetzt 300 oder 400 Abonnenten dazu, das gibt es in der Form leider nicht. Für die, die es nicht wissen, also YouTuber, Creator verdienen mit reinen Abonnenten keinen Cent. Also das bringt im Grunde genommen gar nichts. Nur, es ist natürlich so, es ist natürlich wahrscheinlicher, wenn jemand Abonnent ist, dass er weite Videos schaut, also dadurch auch immer wieder deine Videos klickt. und je größer dieser Kanal oder dein Kanal ist, je mehr Abonnenten du hast, desto mehr fällst du natürlich auch für Firmen auf und kannst natürlich dann auch ganz andere, ja, Deals vereinbaren, Geschäfte machen und auch YouTube merkt ja auch irgendwie, dass dein Kanal ganz gut ankommt und zeigt dich dann vielleicht auch nochmal häufiger an. Also es ist wie so ein Schneeballsystem im Grunde genommen, dass wenn das einmal Fahrt aufgenommen hat, dann der Schneeball immer weiter oder die Lawine immer weiter ins Rollen kommt und deswegen ist es einfach wichtig, Abonnenten zu haben, aber ein Abonnent an sich bringt keinen Cent. Freunde, abschließend, wo geht die Reise mit YouTube und mit mir hin? Also ich kann euch definitiv sagen, ich habe immer noch wahnsinnig viel Spaß daran. Es ist eine Menge Arbeit, aber auch sehr, sehr, sehr viel Hobby dabei. Das heißt aber, ich kriege das ganz gut für mich so geregelt und gehandelt, aber man muss natürlich immer schauen, wenn man auf der einen Seite irgendwas macht, muss man auf der anderen Seite immer verzichten und ihr müsst für euch zum Beispiel selber entscheiden, wenn ihr was Neues macht, wie viel ihr auf dann andere Dinge verzichtet. Ich verzichte auch auf viele Dinge beziehungsweise muss meine Zeit da wirklich planen, dass sich nicht mein komplettes Leben mittlerweile um YouTube und meine normale Arbeit dreht. Ich habe natürlich auch noch Kinder und alles, die sollen auch nicht zu kurz kommen. Alles muss irgendwo in Einklang gebracht werden, aber wie gesagt, ich habe jetzt ein tolles Hobby gefunden, ich werde das beibehalten und ich bin so froh, dass ich euch als Community habe. Mein Ziel für nächstes Jahr beispielsweise ist oder für die nächsten 365 Tage ist meine Abozahl von knapp über 2.000 auf 5.000 zu pushen. Das ist so, ich sage mal, nicht das Minimum-Ziel, aber so das realistische Ziel, was ich mir einfach gesetzt habe. Natürlich hoffe ich immer auch auf dieses goldene Video, was auf einmal hochgeladen wird und das wird dann so aufgeklickt, dass man mal eben die Abozahlen nochmal verdoppeln kann oder sowas in der Richtung. Klar, da spekuliert man natürlich auch so ein bisschen drauf, aber da rechne ich jetzt in dem Sinne nicht mit. Also ich wäre froh, wenn wir uns im nächsten Jahr nochmal wieder treffen hier und ich sagen kann, okay, ich habe jetzt 5.000 Abonnenten. Alles, was oben drauf kommt, wäre natürlich prima. Ja, wo geht die Reise sonst mit dem Kanal hin? Also ich werde weiter Videos über Tesla machen. Ich werde auch weiter die Tesla und die E-Auto-Schlagzeilen der Wochen für euch machen. Wahrscheinlich werde ich den Tag verändern, wo die Videos hochgeladen werden. Ich habe das im letzten Video schon mal besprochen gehabt. Also wahrscheinlich wird es der Montag werden. Ansonsten wird viel über Elektromobilität gesprochen, nicht nur über Tesla und über erneuerbare Energien. Das kommt auch immer wieder mit rein, weil ich einfach finde, das ist ein so ein Thema, was einfach zusammengehört und Synergien ergibt. Ja, also Tesla, Elektromobilität und erneuerbare Energien macht mir einfach super viel Spaß. Ich finde es wichtig für die Zukunft. Ich will ein gutes Vorbild für meine Kinder sein. Alles, was damit zusammenhängt, kommt hier auf diesem Kanal und ich sage euch, ich schwöre euch, hier wird Tachlis geredet. Hier wird kein Mist erzählt. Wenn mir was nicht passt, sage ich das. Wenn ich von irgendeiner Sache nichts halte, sage ich das. Das ist dann meine Meinung. Ich bin kein Gelehrter, kein Wissenschaftler. Ihr könnt eure eigene Meinung immer haben, aber ich lasse mir nicht den Mund verbieten und ich werde das so sagen, wie ich das für richtig halte. Und so wird es auf meinem Kanal gemacht. Wer darauf Lust hat, der kann unten den Kanal abonnieren. Alle anderen schalten einfach weg. In diesem Sinne sage ich bis demnächst. Euer Christian. Peace. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.